Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt auch endlich auf YouTube. Mich hat das Augenblick hierher verschlagen, nachdem ich schon 2013 darüber gesprochen habe, dass ich irgendwann mal gerne YouTube-Videos machen möchte. Aber YouTube ist immer was ganz anderes, als sich hinter dem eigenen Blog oder Instagram-Account zu verstecken. Ich nehme das neue Jahr oder meinen Start auf YouTube zum Anlass euch mitzunehmen auf meine Reise mit meinem neuen Vorsatz. Eigentlich halte ich nicht so viel von diesen neuen Vorsätzen, weil die sind immer dafür da, um gebrochen zu werden. Ich habe eigentlich auch im Grunde genommen schon letztes Jahr damit angefangen, diesen guten Vorsatz wirklich in die Taten zu setzen. Immer Stück für Stück, aber ich möchte das gerne mitnehmen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Mir liegt es sehr im Herzen. Und zwar dreht sich alles rund um Kosmetikprodukte. Also es zielt nicht darauf ab, mehr abzunehmen oder gesünder zu essen oder allgemein gesünder zu leben, obwohl es doch schon ins Thema Gesundheit meiner Meinung nach mit reinfällt. Wir denken mittlerweile sehr stark darüber nach, inwiefern irgendwas in unseren Lebensmitteln enthalten ist. Ob wir irgendwelche Konservierungsstoffe, Antibiotika, Pestizide oder was auch immer, weil sich in unserem Lebensmittel auch in unserem Lebensmittel befindet, was wir da zu uns nehmen. Aber wir denken gar nicht drüber nach, was wir uns eigentlich auf die Haut spielen. Und ich finde, dass es auf jeden Fall eine Überlegung werde, beziehungsweise etwas mehr darüber nachzudenken und vielleicht ein wenig mehr Alternativen zu finden. Genauso wie wir uns überlegen, was wir mit unserem Körper, also direkt mit unserem Mund einführen, sollten wir uns auch überlegen, was wir uns auf die Haut drauf tun. Weil nicht nur unser Mund ist sozusagen die Öffnung zu dem, was an unseren Körper gelangt ist, sondern auch durch unsere Haut können sämtliche Dinge durchdringen und in unseren Blutfessler auch und somit mit unserem Körper gelangt. Mag vielleicht etwas abstrakt klingen, weil unsere Haut nehmen wir als Barriere. Also wir sollten uns schützen und maximal vielleicht Dinge nach draußen lassen, durchs Schwitzen zum Beispiel. Also Giftstoffe werden durch die Haut ausgeschwemmt. Aber genauso wie Dinge nach draußen gelangen können, können Dinge auch durch unsere Haut nach innen, in unseren Körper, in unserem Blutkreis auch gelangen. Wer sich das schwer vorstellen kann, der muss sich vielleicht nur eine Hormoncreme vorstellen. So etwas gibt es, so etwas wird vom Arzt verschrieben. Diese Hormoncremes schmieren wir nicht sozusagen auf die Haut auf, aber sie wirken im Körper. Das heißt also, die Hormone in der Creme gelangen über die Haut, in den Blutkreis laufen können und wirken. Das passiert auch mit allen anderen Stoffen, die von der Umwelt auf unsere Haut gehen. Nun könnte man sich denken, dass alles, was irgendwann in den Drohvenienmärkten verkauft wird, doch eigentlich sicher sein sollte und für uns nicht irgendwie bedenklich sein sollte. Ja, könnte man so sehen, aber ich kaufe das mittlerweile nicht mehr wirklich ab, weil, man kann sich so vorstellen, in den Beautyprodukten, die es zu kaufen gibt, stecken so viele Inhaltsstoffe drin und diese Inhaltsstoffe sind nicht immer unbedenklich. Nun gibt es aber laut Gesetz bestimmte Höchstgrenzen. Also es gibt Inhaltsstoffe, die tatsächlich als gesundheitsgefährdend in größeren Mengen deklariert werden müssen, aber in gewissem Maße sind sie zulässig. Das bedeutet für uns, dass also in den Beautyprodukten immer eine kleine Menge von diesen Inhaltsstoffen durchaus drin sein können. Es gibt also diese Höchstgrenzen, also es darf nur so und so viel von einem Inhaltsstoff da drin sein und dann ist es unbedenklich. Aber was wir nicht bedenken ist, dass es mehrere Stoffe sein können, die in diesem IM Beautyprodukt enthalten sind, die irgendwie in dieser minimalen Höchstbegrenzung drin sind. Aber wir wissen nicht so richtig, wie sie zusammenwirken in unserem Körper. Und wir wissen nicht, wie sie über einen langen Zeitraum in unserem Körper wird. Auch bedenken wir nicht, dass wir meistens nicht nur ein Beautyprodukt verwenden. Also, hallo, ich verwende bestimmt mehrere am Tag. Doch wenn wir jetzt angenommen mal fünf Beautyprodukte am Tag verwenden und in jedem dieser fünf Beautyprodukte ist der gleiche Stoff, der in gewissem Maße gesundheitsschädlich sein kann, aber immer unter der Höchstgrenze liegt, die zugelassen ist, Wenn wir diese fünf Beautyprodukte dann alle an einem Tag verwenden, können wir mit diesen fünf Produkten diese zugelassene Höchstmenge eigentlich überschreiten. Das ist durchaus möglich. Und das bedenken wir eigentlich meistens überhaupt nicht. Also ich möchte nicht mehr das Versuchskanin spielen und irgendwie spekulieren, dass mir schon nichts mit passiert. Ich sage mir, das Beste kommt eigentlich von der Natur. Und es gibt mittlerweile auch so viele Hersteller, die Naturprodukte herstellen, die durchaus auch sehr toll sind und genau das Gleiche leisten können wir auch diese ganzen Chemie-Synthetischen Sachen. Weil das ist es eigentlich alles. Das ist alles zusammengemischt im Labor. Und das sind so gut wie keine Natur, die verstopft sind. Ich habe gestern schon am 1.1. sämtliche Sachen, die nicht Naturprodukte sind, wo irgendwie noch Dinge drin sind, die ich noch nicht mehr aussprechen kann, habe ich rausgeschmissen und weggeschmissen. Also sie befinden sich nicht mehr in meinem Batschrank und dementsprechend kann ich sie auch nicht mehr verwenden. Ich habe zum Glück schon im letzten Jahr ein paar Dinge gehortet, die Reihen natürlich sind, die ich eigentlich schon immer wieder integriere in meinen Alltag, in mein Beauty-Pflege-Ritual. Und ich werde die auf jeden Fall euch auch vorstellen. Ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise, auf alles Mögliche, was es eigentlich so im DM oder was mal zu kaufen gibt, zu verzichten, vielleicht nicht auf alles, wenn es natürlich was total Tolles natürliches gibt. Dann werde ich auch darauf zurückgreifen und ich werde euch davon berichten. Und ich werde euch in den nächsten Videos auf jeden Fall ein paar super Dinge vorstellen, ein paar super Produkte vorstellen, die mir wirklich sehr geholfen haben, im Gegensatz zu anderen Produkten, die rein aus dem Navor und aus der Chemie stammen. So, und was alle zum Schluss immer sagen, wenn ich liebe Videos, abonniert doch meinen Kanal, damit ihr immer auf den Laufenden bleibt und auf jeden Fall nichts verpasst. Und es würde mich natürlich auch genau unterstützen und gerne hinterlassen mir Kommentare, damit ich weiß, was euch wirklich brennt, interessiert, worüber ihr mehr wissen wollt, damit ich euch damit beliefern kann und euch helfen kann, bestimmte Dinge anzugehen in eurem Leben.